Ja, und jetzt muss man die da platt machen. Ich habe keine Elben geschossen mehr, das heißt ich muss jetzt rauf, dass der hier Blödsinn macht. So weit geht's. Du wirst kreieren Schmerzen, dann ist es richtig. So, dann versuchen wir den, dass er für mich hackelt. Je mehr, desto besser, dann bring dich das schon hin. Ja, schon haben wir einen 46er noch. So, jetzt den da. Bla bla bla. Schubsen wir nicht dort. Wenn dieser große Kerl Hasse auf dich herabregnen lässt, kannst du ihn nicht entrinnen. Ja, dann hau ich mir mal einen. Ja, das ist stinksauer. Hauen wir mal da rauf. Ich habe keine Elben geschossen mehr. Scheiße. Nein, nein, nein. Flasche. Hau du nicht mein, du Depp. Noin Gott. Wie dürfen wir den so einnehmen? Rekrutieren. Weitermachen. Ich stehe euch bei, heller Herrscher. Das ist klar, das hätten wir. So, jetzt da drüben, Dino. Ich brauche Pfeil, ey. Ja, geh mal rauf, warum nicht? Wo ist denn der jetzt? Da drüben. Hier haben wir ein bisschen Probleme jetzt. Hier haben wir wirklich Probleme jetzt. Ja, ich kann gerade nichts machen. Ja, ich würde ja, aber nicht so leicht. Ich kann nicht, wenn die Wichser hier... Oh, das nervtütend, Leute. Aber schnapp mal uns einen nach dem anderen. Dann ist das so ein Pisser. Kannst du keinem helfen, wenn du dauernd angegriffen wärst. Das ist so assig. Er flippt Klaus. Aber egal, er ist auf meiner Seite. Ne, ne, der nicht. Kannst nichts machen, Mann, ey. Teilweise echt lächerlich. Aber wir haben Sinn gekriegt, zumindest nicht zu sterben. Das ist... Jetzt noch blöder. Wow. Muss den einen da helfen, oder ich würde ihm gerne helfen. Der eine ist tot. Das war dann 50er, wow. Aber okay. Ja, ich hab's hier. Weiter fighten. So, das ist unser, oder? Der ist ziemlich... Arschig. So, jetzt können wir ihn einziehen. Boah. Hardcore, Leute. Hardcore. So, mach mal weiter. Das waren nicht die letzten. Brav. Brav, brav, brav. So. Äh, wir müssen... Den könnten wir auch noch einnehmen. Oder ist er tot? Ne, der ist tot. Was ist da? 51er war das. Ja, ich kann jetzt nicht jedem helfen. Und mit dem schnell... Ist immerhin einer, der dann für uns fightet. Das ist nichts Negatives. Der mag keine Pfeile, das merkt ihr schon. Hinrichten! Jawohl, das hast er. So. Dann versuchen wir, dass er für mich hackelt. Geht nicht. Also besämpftigen. Äh, beschämend. Nicht besämpftigen. So, das hätten wir. Geschafft. Das war hart, Leute. Aber geschafft. Aber geschafft. Und da ist... Das war hat er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020